Herzlich Willkommen zu einer neuen ForHonor Folge mit Concord Ja hallo und willkommen auch bei mir Bundesgegneteam hat gerade einen Bot bekommen Ist wohl gerade einer rausgeflogen Ist doch gut, wenn die einen Bot haben Dann gewinnen wir Gut, ich habe jetzt diesmal eine andere Klasse genommen Ich habe den, wie heißt die Klasse gleich wieder Ich habe das irgendwie noch nicht so richtig im Kopf Stoßtruck ist das ja nicht, ne? Ich fahrt die andere Klasse mit einem Ammschwert Für wieder die Karte, das gibt es doch einfach nicht Oh Mann Aber ab immerhin schneit es jetzt Äh, zu arm, oder? Ja natürlich Ich weiß schon gar nicht, wie das Spiel geht, weil wir haben jetzt eine längere Pause gehabt Ein Tag, oder zwei Tage Zwei Tage, ne? Zwei Tage war es, ja Du hast da gegengeschaut bei auch Der wird weggeholfen Oah, Gài, ja Ja something Zwei, zwei, drei Zone C, verloren Zone A, eingenommen Hat mir schnell Nein, geht so dass er war ja sie oder guter vielleicht mehr schaden durch verbündete alle auf gehörten auf buch es war auch ich brauche muss man schnell ein kann allein sein dass wir uns die ganze zeit auf angreifen haben die b und c haben wir holen uns mal c wo bist du ja ich bin direkt da nein bin wieder hochgegangen ich helfe uns am typen warte mal ok der ist schon weggelaufen nicht in die menge auf zu c und auf zu a oder? direkt ja da kommt einer in den holenbaum sehr schön zone c doppelter teamkill uah warte zone a eingenommen ok und auf zu c direkt zu zehn äh ich back hier grad rum oh nein oh an der leiter oder wie ja oh nein nein nicht back nicht back ahhh komm schon kannst du auf mich draufschlagen komm mal nach oben und schlag mich ja ich muss die andere leiter nehmen dafür haben wir keine zeit school da warum machst du sowas der ist ein blauer zone a verloren zone c eingenommen pass auf wow shit vielleicht erwischt er mich zone c zone c zone c zone c zone c ich schlugte mich einmal und ich war tot oh fuck nein ok ich hab ach das ist ein bot ach du scheiße was wir haben uns beide so fertig gemacht ich sag doch die bots in dem spiel richtig gut angeblich zone c ja wir haben sie gerade selber gemerkt direkt hoch lass den hoch jetzt A oder? ja ja ich bin erst gerade gespawnt da oben das ist die bots so gut sein ich wollte dran denken weil die fähigkeiten sind zone a eingenommen du direkt runter oder? wow alter ich dachte du die stärke jetzt oh da ist ein geckner wo bist du? ha aua wo bist du? er direkt bei B dann kämpfe ich grad gegen ihn na nicht zu B achso gegen den kämpfst du gegen den bot kämpfst du alter wieso fliegt der nicht runter eigentlich? der blockt alles der ist so super der bot blockt von mir jagerlei und der andere äh aufzug maro ah ah ja ah haben wir doch schon kalten hey auf zu c achso wir haben ja alles 3 achso ja dann sollten wir bleiben aber A ich halte mich mal aber ein bot das hab ich jetzt nicht verstanden ich hab den ungefähr wirklich 10 mal oder so hab ich den getroffen ich hab den durchgehend getroffen ne dann hatte ich keine Ausdauer mehr Verteidiger dauernd und dann trifft er mich einmal und dann noch einmal und ich war instant tot wow wow soll der halt fliehen warte 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 eins zwei drei ja hehehe 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 da high steht ohja ne die Leiter ging nicht hoch da war nicht schlecht sag mal da konnte man doch numeㅋㅋㅋ so ne scale eingenommen wow Ja dann versuchen wir es mal bei... Oh bei B ist ein Gegner! Oh scheiße das sind zwei Gegner! Alter ich muss hier weg! Scheiß Bot! Der ist immer schon! Na wie geht es eigentlich drauf? Geht eigentlich! Oh die holen ihn! Das ist nicht deren Ernst! Die Bots töten den Bot! Wow! Hey das sind auch Bots! Haben welche Bots? Kann die nur noch Bots oder was? Alter Alter! Wie geht nochmal der schwer? Das weiß ich schon gar nicht mehr! Hecht! Hecht! Rechte Maustasten! Echt? Das ist so wettlich! Oh nein! Hecht! Hände dir! Oh Alter! Hecht! 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 Jawoll! Ja geil! Der eine hat sie jetzt mit seinem 2-3-5 geschwommen! Ja mal einlassen! Wollang wir gewinnen! Ja! Ja! Aber trotzdem nicht! Ich fahr doch mal lustig rum! Ja irgendwie schon! Ach herrlich! Du verreichst Level 4! Oh ich hab ein neues Symbol bekommen! Cunningham-Schild! Was bringt mir das nichts? Na dann nehme ich es einfach mal anlegen! Sieht ganz nett aus! Gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen! Ja danke! Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge! Wo ich mal die nächste Klasse ausprobieren! Ja ich werd auch mal eine andere Klasse ausprobieren! Und tschüss! Ciao!